Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sebastian und lieber Max und natürlich auch liebe Zuhörer. Wie geht es euch? Mir geht es ganz gut, ich bin müde. Nacheinander bitte, Entschuldigung, ich habe auch beide gefragt, ist dumm. Sebi, wie geht es denn dir? Ich habe einfach nur gesagt, Wichser. Das ist sehr destruktiv, hinsetzen, nächstes Mal was besser. Max, wie geht es dir? Ich bin müde. Wie lange warst du denn wach, Max? Gute Frage, ich glaube bis zwei Uhr. Bis zwei, süß. Ja, ich habe meinen Schlafrhythmus irgendwie ein bisschen verkackt. Ich habe nämlich am Freitag eine Release-Party gemacht auf Twitch, war dann um vier Uhr im Bett und bin dementsprechend auch gestern mega spät aufgestanden und war gestern Abend dementsprechend auch nicht müde, weißt du? Und ja, jetzt bin ich ein bisschen hinter meinem eigentlichen Schlafrhythmus, das ist nicht gut. Ich kann euch empfehlen, einfach mal eine Woche Skiurlaub machen, jeden Morgen sechs Uhr aufstehen, jeden Abend 22 Uhr völlig fertig ins Bett gehen. Das bringt Rhythmus, das bringt den Körper in Schwung. Das finde ich super, ja. Ich bin so full of energy. Ich hatte eine Woche, ich will jetzt nicht allen so eine lange Nase machen, obwohl, warte mal. Ich hatte eine Woche nur Sonne. Wir haben eine Woche keine Wolke am Himmel gesehen. Es war einfach nur, boah, mir geht es so gut. Ich strahle krasser als Fukushima. Zinem, ich freue mich wirklich sehr für dich. Danke, danke. Ich habe richtig Bock, merkt man das? Ja, merkt man. Bist motiviert. Ja. Und ihr so, boah, ich schnauze, immer dieser motivierte Mitarbeiter hier. Ja, also Max hatte ja irgendwie acht Stunden Schlaf und das war ihm zu wenig. Ich hatte vielleicht drei oder so. Junge Leute brauchen noch mehr Schlaf irgendwie. Ja, ja, du musst noch reißen. Du bist noch wie ein Eider. Wird was, Max, fünf? Ich brauche noch meine 14 Stunden Schlaf am Tag. Ey, weißt du, ich will mal morgen früh aufstehen so und ich habe auch das Gefühl, ich möchte ein Frühaufsteher sein, aber ich glaube, mein innerer Rhythmus sagt mir immer, nein, Digga, bleib liegen, du bist eigentlich ein Langschläfer und arbeitest nachts, weißt du? Ist das bei dir so? Ja, ich möchte von der Überzeugung her früh aufstehen. Von meiner Religion her? Ich möchte von der Überzeugung her ein Frühaufsteher sein, aber ich kriege es manchmal einfach nicht hin. Aber woran liegt es, dass du abends einfach zu lange machst oder kriegst du die Kurve nicht? Also kriegst du es nicht hin? Das ist, glaube ich, eine Kombination aus mehreren Sachen. Also zum einen sind meine Eltern beide Nachteulen, vielleicht so auch ein bisschen gentechnisch. Und zum anderen muss ich einfach mal wieder früher schlafen oder früher aufstehen, besser gesagt, um meinen Rhythmus wiederzukriegen. Ja, also ich kann mal einen absoluten Pro-Tipp sagen, beziehungsweise eine große Falle ist einfach dieses Handy und Computer arbeiten. Wenn du früh ins Bett willst, musst du tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, um 20 Uhr spätestens, musst du überall ausmachen. Du musst ausmachen und dich hinsetzen und dann, weiß ich nicht, noch was lesen oder so, damit der Körper auch so, weißt du, das runterfahren, das geht nicht so schnell wie am PC beim Menschen. Das dauert ein Stündchen. Wenn du natürlich irgendwie nach so einer Twitch-Stream völlig aufgepeitscht um 10, 11 Uhr erst Feierabend machst, dann liegst du halt nicht um 11 Uhr und 5 Minuten todmüde im Bett meistens. Ja, zumal ich gestern Abend um 2 Uhr noch eine Handelssession durchgeballert habe, was auch keine gute Idee war. Aber besser als gar nicht, ne? Ja, besser als gar nicht. Oder du akzeptierst einfach die Situation und sagst, du bist kein Frühaufsteher. Ne, das mache ich nicht. Okay. Okay, die Hoffnung hast du noch nicht aufgegeben. Richtig. Okay. Ja, und damit herzlich willkommen bei der Klangküche Classic. Ich würde vorschlagen, Sunivin leitet uns erstmal schön rein in die neue Folge hier. Jede Woche gibt es zwei brandneue Folgen. Jede Woche bleibt die Welt kurz stehen. Benzin an Max und CBA analysieren. Was aktuell so in der Szene passiert? Willkommen in der Klangküche So Sebi, wir haben ein bisschen was auf dem Zettel. Ja, wir haben ein paar Themen aufgeschrieben. Und zwar gab es diese Woche richtig Alarm bei Spotify. Der Börsenkurs ist um mehr als 4 Milliarden Dollar abgesagt von 32 Milliarden Dollar. Und zwar ausgelöst durch ein Ereignis, das einmal durch die Nachrichten ging. Der liebe und allseits bekannte US-Musiker Neil Young hat angekündigt, seinen ganzen Content von Spotify runterzunehmen. Aufgrund eines Podcastes, den diese Plattform hostet. Und zwar nicht irgendeinen Podcast, sondern von, wie heißt der noch? Joe Rogan. Joe Rogan, genau. Ich verwechsel den mit Seth Rogan immer. Nein, nein, Seth Rogan ist geil. Der macht geile Filme. Joe Rogan ist das. Ja, ist wohl mit einer der größten Podcaster überhaupt auf diesem Planeten. Ja. Und der verbreitet mehr oder weniger, ohne das jetzt werten zu wollen, Verschwörungstheorien in Sachen Corona in seinem Podcast. Ganz so kann man das nicht sagen. Joe Rogan ist bekannt dafür, einfach auch sehr umstrittene Persönlichkeiten in seinem Podcast einzuladen. Er selbst ist aber selten, also er selten bezieht einfach, bezieht er keine Positionen, sondern er lässt die Leute reden und lässt die Leute was erzählen und fragt auch nach und so ist es interessiert. Aber er selbst hat nicht jetzt so unbedingt diese Position. Also er ist jetzt auch nicht ein völlig Unschuldiger. Also er hat auch, ist gegen die Impfung. Er hat auch dieses, als er dann selber an Corona erkrankt war, hat er dieses Ivermectin, diese Pferde-Entwurmung auch zu sich genommen und davon erzählt. Also schon so Sachen, wo man so denkt, äh, I don't know. Aber es ist jetzt so, nicht jeder Podcast, also er ist jetzt nicht der klassische Verschwörungshaino, sondern manche Podcasts sind auch einfach ganz normale Themen mit ganz normalen Leuten. Also da war auch schon, Elon Musk war zu Besuch bei ihm im Podcast. Robert Downey Jr. war bei ihm im Podcast. Und die haben nicht jetzt irgendwie rumgeschwurbelt, sondern einfach normale, von von bis alles. Ja, ja, genau. Aber erinnerst du dich nicht so, vielleicht so ähnlich wie Precht bei Lanz im Podcast, weißt du? Ja, genau. So komische. Eine komische Position. Komische Position. Das heißt komisch, man muss immer aufpassen. Also, ja, nicht so ganz auf dem wissenschaftlichen Kenntnisstand basierend. Ja, ja. Jedenfalls hat dann, also es soll ja auch egal sein, jedenfalls hat dann Neil Young gesagt, Nee, ich möchte nicht, dass meine Musik auf einer Plattform existiert, die gleichzeitig, ja, in Anführungszeichen, so einen Quatsch verbreitet. Ja. Und dann haben sich ganz viele Leute mit Neil Young solidarisiert und haben gesagt, ja, sehe ich genauso. Und haben ihre Spotify-Abos gekündigt und so weiter. Das ging richtig rum auf Twitter. Und daraufhin ist dann der Börsenkurs mal richtig runtergerutscht von Spotify. Ist ja eigentlich krass, ne? Ist krass. Also, bisher hatte Spotify es eigentlich ganz gut geschafft, sich als Content, ja, Content-Creator selbst so aus der Affäre zu ziehen. Also, sie haben ja immer gesagt, wir bieten ja nur die Plattform. Das stimmt natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr, weil bei Joe Rogan ist es so, der war vorher bei YouTube, da hat er seinen Podcast hochgeladen und, also war auch mit Video und so. Und der hat von Spotify einen richtig krassen Vertrag bekommen, ne? Also, der ist ein Spotify-Exclusive-Podcast. Ja. Der lädt den da nicht einfach hoch, sondern Spotify bezahlt den und der bezahlt den, gut, ich habe irgendwas gelesen, 20 Millionen oder so, ne? Ja, ja. Also, 20 Millionen Dollar. Das schmeckt. Ja, das heißt, Spotify ist eben nicht nur die Plattform, sondern ist im Prinzip auch der Geldgeber oder der, wie sagt man das, der Produzent letztlich auch, der Arbeitgeber davon, ne? Ja, der Produzent, ja, ja, genau. Und dann sieht das Ganze natürlich ganz anders aus. Also, dann kann man auch Spotify irgendwo in die Pflicht nehmen für den Inhalt, der hochgeladen wird, ne? Ja, sehe ich genauso. Ja, also, diese Diskussion gab es ja, ist ja bei anderen Plattformen schon längst im Gange. Also, YouTube kennen wir das alle. YouTube ist ja irgendwann auch hingegangen und hat ja wirklich, vor allem jetzt im Laufe der Pandemie, extrem viele Videos und Kanäle gesperrt und hat gesagt, Verbreitung von medizinischen Falschaussagen und so weiter. Ist richtig reingegrätscht. Ich weiß nicht, wie ist das bei Facebook? Machen die auch was? Ja, machen die auch. Also, die meisten Plattformen haben damit angefangen. Twitter auch, Facebook. Überall, wo du Falschinformationen verbreitest, wirst du gesperrt. Also, nee, nicht überall, ne? Also, so Telegram oder so kannst du natürlich immer noch posten, was du willst. Ja, außer die Stars. Also, es gibt auch Leute, die haben so quasi noch so einen, ja, so einen zweiten Versuch. Ja, so einen Star-Bonus halt bei Facebook gerade. Wenn du irgendwas postest, aber berühmt bist, dann guck nicht halt dreimal drüber, ne? Ob sie es jetzt sperren oder nicht. Ja, weil die natürlich Angst haben vor so einer Neil Young-Aktion. Also, ich sag mal so, auf vielen anderen Plattformen oder Social-Media-Kanälen ist es moderiert und Spotify wohl nicht, ne? Und ich bin jetzt seit ein, zwei Tagen, hab ich mal wieder hier TikTok angeworfen, echt seit Monaten mal wieder, weil ich mal ein bisschen Content da gepostet hab für unsere Seite. Und da ist mir aufgefallen, auf TikTok ist das auch ein Thema. Also, da werden so Videos von Politikern so zusammengeschnitten, dass die einen Widerspruch ergeben. Also, weißt du, so der Politiker hat im... Oh ja, gerade im Rechten. Genau, hat im März 2020 was gesagt und dann im März 2021. Und da ist ja ein Jahr dazwischen. Und dann ist natürlich, hat sich auch die Sachlage geändert und dann hat er auf einmal seine Position geändert, ne? Also, erst mal Impfpflicht auf keinen Fall und ja, später sagt er, ja, Impfpflicht jetzt auf jeden Fall, ne? Und dann wird das halt so zusammengeschnitten und dann wird da noch ein Facepalm hintergemacht und so ein Lacher, weißt du? Und dann geht das rund auf TikTok und macht Hunderttausende oder Millionen Views. Ach so, was hat der gesagt? Dann wähle ich die AfD, hä? Ja, das ist so. Also, und gerade solche Videos gehen da richtig viral, ne? Also, TikTok scheint mir da auch gar nicht einzugreifen. Man muss aber auch sagen, dass die AfD und generell so der rechte Flügel einfach auch verstanden hat, wie man TikTok-Werbung macht, ne? Oder wie man allgemein TikToks macht. Das haben die anderen Parteien auch nicht verstanden. Ja, Moment. Das ist aber ein generelles Problem. Also, AfD macht natürlich Populismus. Also, sehr einfache, plakative Antworten auf komplizierte Fragen und das ist gleichzeitig das Erfolgsmodell von allem, was viral geht. Also, das ist ja, ich würde noch nicht mal sagen, dass die begriffen haben, wie das funktioniert, sondern ich würde behaupten, das kommt diesem Populismus einfach. Das ist Populismus. Kein Wunder, dass das erfolgreich ist. Wie willst du denn differenziert abwägende Inhalte sind ja nicht diese Inhalte, wo du sagst, ja, genau, endlich sagst du mal einer. Ja. Wenn einer sagt, ja, wir müssen das so und so sehen, dann sagt doch keiner, ja, genau. Ja, das ist ein Problem. Das holt jetzt emotional nicht so ab, ne? Ja, also, das ist ein Problem auf jeden Fall für die Plattform, ne? Und bei TikTok und so Telegram, da läuft das so durch irgendwie gefühlt. TikTok blendet vielleicht noch, so wie bei Facebook auch, die blenden dann ein, hier, Informationen zu Covid gibt es hier, ne? Und dann linkst du dann so auf der Webseite. Was noch nie einer geschaut hat wahrscheinlich, ne? Nee. Also, davon mal abgesehen. Oh, Moment, da klick ich doch mal drauf. Ja, das ist so, du stehst auf einem brennenden Haus und die legen dann da so einen Zettel hin, wie man ein Haus löscht, weißt du? Mit so einer Anleitung, aber... Aber auf der Erde, der ist gut. Ja, aber ich muss ja auch sagen, also, das Phänomen ist ja nicht neu, dass diese ach so geilen Viral-Algorithmen, die man sich so ausgedacht hat, so höhö, geil, wir spülen das nach oben, was Leute bewegt, dass das uns in eine echt beschissene Situation gebracht hat, ist ja nicht neu, ne? Das wissen wir mittlerweile. Und die einzige Möglichkeit, dagegen zu wirken, die uns gerade einfällt, ist, glaube ich, die Moderation, so, ne? Das zu moderieren, das zu sagen, so, nee, das nicht, das ja, was wiederum den Vorwurf der Zensur auf den Schirm bringt, ne? Genau. Also, du siehst immer so, du hast ein Problem, du machst eine Lösung, das erzeugt ein neues Problem, dafür brauchst du eine Lösung, das geht immer so weiter. Ja. Ja, genau, du riechst dich im Kreis bei der ganzen Sache, ja. Ja, das ist schwierig, weil dann kommt wieder, wer entscheidet, was gelöscht wird, ja, keine Ahnung. Ja, ja, das ist schon, also, für die Plattform ist das ein Riesending und lassen Sie das jetzt mal nicht so weiter noch im Detail ausbreiten, es ist einfach nur faszinierend, dass einfach so, wenn Neil Young sagt, mein Content geht weg jetzt von Spotify, zack, rauscht der Börsenkurs um über 10 Prozent ab. Vor allem auch, was das für ein geiler Machtkampf jetzt ist, zwischen Musikern und Content-Creatoren oder also Podcast machen und so, jetzt, also den hat er jetzt, man muss mal ja sagen, hat Joe Rogan jetzt ja quasi gewonnen in erster Runde. Spotify hat sich ganz klar gegen Neil Young und für Joe Rogan entschieden, das kann man schon so sagen. Ich hab grad Jerome verstanden, dachte mir, was? Joe Rogan. Ah, ja, genau. Ne, also, sie haben, ich hab auch mal Pressemitteilungen gelesen und so, also, sie sagen, in keinem Wort erwähnen sie Joe Rogan, ne, also, sie sagen so, ja, wir finden's voll schade, dass Neil Young weg ist und hoffen, dass er irgendwann wiederkommt und so, aber zu den Vorwürfen sagen sie gar nichts, ne, also, das ist auch ne Position, wenn du nix dazu sagst. Ist auch ne Position, nichts dazu zu sagen, ist auch was zu sagen. Ja. Ähm, die haben natürlich Angst. Was macht eigentlich Neil Young? Der macht so, also, ähm, großer Star, glaub ich, schon aus den 60ern und so, der macht so Folk-Musik und so, ne, also, der ist schon ne Riesen-Nummer. Aber hat er, hat er so Sachen, die man, die alle kennen? Ähm, das könnten wir mal in der Premium-Folge checken, Sinan. Okay, das werden wir nachher in der Premium-Folge mal checken. Was hat Neil Young eigentlich gemacht? Äh, ist es ein Verlust? Ja, ich glaub, es ist auf jeden Fall, ist ein Verlust. Ja, klar, ist 4 Milliarden, ne? Auf jeden Fall noch online, ne? Ja, da sind wir noch. Ja, ähm, also, so ein, also müsste jetzt aber langsam sein. Ich hab, ähm, auch mal einen Song runternehmen lassen von Spotify, das hat so zwei Werktage gedauert, dann war er weg. Hm. Ähm, das ist jetzt aber auch schon zwei Tage, drei Tage her, ne? Mit Neil Young da, die Ankündigung. Müsste jetzt langsam mal soweit sein. Ja, vielleicht morgen am neuen Werktag. Man muss aber noch ein ganz bisschen differenzieren. Wenn Neil Young sagt, meine Musik geht runter von Spotify. Muss erst mal gucken, wo die Rechte und Lizenzen gerade liegen. Da muss erst mal ein Manager aufwachen bei, äh, ich weiß nicht, wo ist er, Universal oder so? Ja, Universal. Aufwachen. Und sagen, was, was will der eigentlich? Wir haben doch die ganzen Rechte an seinen Songs. Äh, der soll sich mal, der soll sich mal wieder in sein Grab legen und, äh, gute Nacht. Ja, da hast du recht. Also, wenn du einen Vertrag unterschreibst bei einer Plattenfirma, ne? Dann gibst du ja automatisch auch die Rechte ab. Die Verwertungsrechte gibst du ab, genau. Ja, ganz richtig, genau. Und dementsprechend hast du dann, äh, darüber keine wirkliche Entscheidungsmacht, ne? Du musst dann immer wieder das mal kommunizieren. Ja, was ich gerade meine, so, so einfach mal daher gesagt, ist es gar nicht. Das ist jetzt so, wie wenn ich sage, äh, ich bin jetzt voll sauer auf, äh, Spotify. Spotify, ich setze die mal richtig unter Druck und sag, hallo, Tarvengo wird jetzt von Spotify verschwinden, ne? Ja. Ich weiß, wenn ich das sagen würde, die würden alles für mich tun, damit ich da bleibe. Das ist ja wohl klar. Auf jeden Fall. Ähm, aber ich hab ja Musik bei Planet Punk Music veröffentlicht, ich hab Musik bei, äh, Switch Music da veröffentlicht und so weiter. Ob die das machen müssen? Ich müsste die ja, ich müsste die ja erstmal kontaktieren und meinen Willen da durchsetzen und ob und wann wie, ne? Du hast gar keinen Willen eigentlich, also, du hast einen Willen, aber du hast keinen Willen. Keine rechtliche Hand habe, weil du hast tatsächlich mit dem... Wo ein Wille ist auch ein Sieg. Das wäre dann Kulanz, ne? Genau, also, das müssten die auch machen bei Universal und, ähm, das sieht, müssen wir mal beobachten, ob das passiert. Bisher ist nichts passiert, das hätte aber schon passieren können, äh, genau. Ähm, ja, und ansonsten, Spotify, die haben Angst vor Domino-Effekten, ne? Also, Neil Young, äh, macht da so einen Stein ins Rollen und dann folgen auf einmal andere, ähm, Künstler und es folgen eigentlich auch immer andere Künstler. Und dann ist die Frage, wie groß ist der Impact, so, ne? Ja, ich hab noch eine zweite Künstlerin gelesen, die dann sich solidarisch gezeigt hat und auch ihre Songs runtergenommen hat. Ich hatte die aber noch nie gehört. Ja, aber das heißt ja nichts bei dir. Das ist dann, das ist dann immer so, so, ich könnte jetzt auch bei Twitter schreiben, Tawango schließt sich Neil Young an. Und alle so, ja, krass, wer ist nochmal Tawango? Ja, ich hab gesehen, also einige haben dann richtig so mit, ähm, Screenshots ihre Spotify-Apps von den Handys dann gelöscht, ne? Okay, aber das ist ja, äh, das sind dann die Hörer, ne? Ist aber auch dann, ähm, klar, das ist die letzte Instanz natürlich, da muss aber schon richtig eine Welle passieren, dass es, äh, Spotify schmerzt, ne? Okay, aber sind wir jetzt mal ganz ehrlich kurz, ne? Also, das, das werden aber nicht viele Leute machen, würde ich vermuten jetzt. Das ist eine Außenwirkung, ne? Also, die nackten Zahlen, ob da jetzt sicher 10.000 Leute abmelden, das ist nicht so. Aber das geht einmal komplett durch die Abendnachricht, das kam in den Tagesthemen in Deutschland und so weiter, ne? Ja, das stimmt. Und das ist halt Negativ-PR bis zum Anschlag. Also, du musst bei, bei sowas musst du immer beachten, äh, wie der Sebi es gerade schon gesagt hat, diese Domino-Effekte, ne? Da muss Spotify auch ein bisschen aufpassen, also, die werden da gerade sehr aufmerksam lesen, was passiert, weil das geht dann doch schneller, als du denkst, wenn dann auf einmal, manchmal kennt man das, dann entstehen so Solidaritätswellen und dann brauchst du nur, weiß ich nicht, 10 riesige Stars haben, die sagen, ja, ehrlich gesagt, stimmt, so. Ja. Und dann hat Spotify auf einmal ganz schnell ein Problem, was die gar nicht haben wollen, also. Ja, sogar, also als Beispiel, Jan Böhmermann hat sich, glaube ich, auch zugeäußert in der aktuellen Folge, ich hab's noch nicht durch, ähm, und die sind ja auch Spotify-Exklusiv, also, selbst, dass die darüber sprechen, das ist schon scheiße eigentlich, weißt du, das ist so. Ja, klar, in dem Format aus Spotify quasi auch sponsort, ne? Ist halt ein PR-Desaster. Ja, ja, also, fest und flauschig ist auch ein Spotify-Original, ne? Richtig. Die werden quasi bezahlt. Die werden direkt Jan Böhmermann und Olli Schulz für ihren Podcast, also, ja. Und, äh, ist der größte Podcast Europas. Ja. Na, ich, ja, wahrscheinlich nach, äh, gemischtes Hack, aber, ähm, ja. Oder waren mal Platz 1. In Deutschland, ja. Ne, auch Europa sogar. Waren mal Platz 1. Und dann überholt von gemischtes Hack. Das ist heftig. Ähm. Ja, generell, es gab ja auch, ähm, jetzt sind wir mal ganz kurz am Rande, habt ihr's mitbekommen, es gab so vor zwei, drei Tagen einen großen Spotify, ähm, Server-Crash meines Erachtens. Die haben nämlich ganz, ganz viele Songs nicht mehr spielbar gehabt. Ja, ich war auch betroffen. Ich auch, mein ganzer, mein ganzer Katalog war einfach offline. Ja. Ich war auch ganz betroffen. Mit zwei, drei Stunden. David Guetta auch, Avicii war auch betroffen. Taylor Swift, Adele, Dua Lipa, eigentlich alle, ne? Ja, alle großen. Neptuniker, Adele. Ich hab sowieso in letzter Zeit echt Probleme mit der App. Gab's diese Woche, also Suchfeld, ne, Tipps was allen, kommt kein Ergebnis und so, ne? Hab ich ganz oft jetzt gehabt diese Woche. War das bei dir nur auf dem Desktop oder auch auf dem Handy? Nur auf dem Desktop. Handy hab ich nicht. Bei mir auch. Ich benutze nicht am Handy, äh, Spotify so richtig. Okay, Desktop und, ähm, ey, ich hab dann tatsächlich, äh, ich bin ja auch Deezer, hab ich auch, ne? Hab ich Deezer benutzt. Ey, und Deezer ist, ist genau wie Spotify. Also eigentlich kein Unterschied, ne? Kannst du genauso gut benutzen, ey. Also Spotify, mach doch mal so drei, vier Aktionen so, Server down, ey, dann nutze ich auch nur noch Deezer hier. Und das lief nämlich super. Ja. Hat vielleicht einen Zusammenhang mit Neil Rogers, äh, Neil Young, ich, ja, keine Ahnung. Nee, ähm, Spotify hat in dieser Woche richtig was umgebaut. Die haben auch im Spotify Backend, also vor Artists, haben sie was neu gemacht, neue Statistiken eingeführt. Und dann haben sie, ähm, Playlisten haben sie aufgeräumt, also so tote Accounts wurden gelöscht. Da haben einige Playlisten, ähm, Hörer verloren, also Follower verloren. Das machen die so ein-, zweimal im Jahr immer. Gerade im Moment ich höre, ne? Also ich hab zwar nur 12.000 Followern, aber es gab auch Kollegen, die haben einfach mal 200.000 in einem Tag verloren. Die haben da wahrscheinlich was ein bisschen an ihrem Algo gedreht oder irgendwelche Statistiken neu bestimmt. Ich weiß nicht ganz, aber, ähm. Die haben da was intern rumgebastelt diese Woche. Ja, war so gut wie jeder von betroffen. Und dann waren die Server da und da. Also diese Woche haben die da richtig rumgebastelt. Ja. War eine intensive Woche für Spotify. Ja. Ich hab mal, ich hab mal gerade versucht parallel rauszufinden, auf welchen Servern eigentlich Spotify liegt. Sehr spannend. Nee, hab eine Meldung gefunden aus 2016. Ähm, die sind 2016 von Amazon Web Services AWS rüber zu Google gegangen. Ah, interessant. Ja, also, ähm, für Leute, die es nicht wissen, wir, ich würd mal sagen, das ist so 50-50 oder 80-20, keine Ahnung, von allem Zeug, was wir so gucken, ne? Also Netflix zum Beispiel liegt, glaub ich, komplett auf Amazon-Servern. Das ist so eine, das ist ja so die, die, die Welt unter der sichtbaren Oberfläche. Äh, wo liegen eigentlich diese ganzen Sachen, ne? Und, ähm, ja, muss man leider irgendwie sagen, liegen auch wieder bei den paar Tech-Konzernen. Ja. Aber das ist ganz, ganz heikel, ne? Ich grad auch Netflix, ne? Netflix hat ja auch, ist ja, ja, deren Hauptjob ist ja Streaming und Amazon Prime gibt es ja auch, ne? Wenn Amazon jetzt irgendwie mal ein bisschen böse sein könnte, könnten die einfach sagen, oh, Mist, der Server ist ausgefallen. Nee, das können sie nicht machen. Kommt alle zu Prime. Ja, können sie nicht offiziell, ne? Ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ihr wisst, was ich meine. Also, das fängt ja, das muss ja gar nicht mal so sein. Das könnte ja sein, dass so, ähm, also, natürlich können sie es nie, also, ich verstehe, was du meinst. Wenn sie es aber machen würden, ne, dann würden die natürlich auch den Server wieder wechseln. Dann würde die Konkurrenz einspringen und sagen, Google, ey, guck mal hier, äh, Netflix, komm zu uns, bei uns kriegt ihr noch richtigen Support, die bei AWS, die, ja. Amazon macht den Hauptumsatz mit, äh, AWS. Nee, das stimmt nicht. Hab ich letztens gecheckt. Hast du gecheckt? Ja, ja, ja. Ah, Mist, da hab ich, hab ich das, ich hab das aufgeschnappt und, ähm, das ist den größten Umsatz mit AWS, Mann. Auf jeden Fall machen die... Der Umsatz, der größte Umsatz ist tatsächlich noch mit dem Scheiß, den wir jeden Tag kaufen. Ja, vielleicht, wenn du das ausklammerst, kann das sein, dass dann AWS vorne ist? Das glaubt, ist ja was? Die machen ja ganz viel, Amazon. Also, AWS hat, äh, im Q3 21, also die letzte Zahl, die ich jetzt hier hab, ist 16.000 Millionen, das heißt, 16 Milliarden Umsatz. 16 Milliarden. Und Amazon Umsatz guck ich jetzt mal, Amazon, hier googelt der Chef noch selbst. Also den Shop jetzt, meinst du, den, da muss man ja auch trennen, äh, Drittanbieter, Eigenanbieter und so. Ja, 386 Milliarden. Okay. Das ist nochmal... Also der gesamte Shop? Ja, ja. Und den Eigenshop, also die, vielleicht die Eigenmarken nur? Achso, das weiß ich nicht, also. Ich kenn's nur den Gesamtumsatz. Oder hast du Gewinn geguckt? Nee, nee, ich hab jetzt erstmal nur Umsatz geguckt. Ja, kann ja sein, dass bei AWS der Gewinn einfach so... Kann auch sein, ja, ja. Also, ich finde auch ein Riesending. 16 Milliarden finde ich jetzt auch nicht gerade wenig, ne? Nee, ist, genau, ist ein Riesending. Und, ähm... Dafür, dass das kaum einer kennt. Also, das ist, äh, da liegt alles. Die machen unglaublich viel Gewinn, äh, Umsatz damit. Das halbe Internet liegt da irgendwie. Ja, ja. Ja, das ist erstaunlich. Und wenn, wenn die das kaputt machen, also sabotieren, dann schießen sie sich mit einer Schrottflinte ins Knie. Also, das ist ein ganz ganzer Schritt. Die müssen ja nur den, 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 den einen Punkt erreichen, wo sie, wo sie dann sozusagen den Rest abschalten, weil dann alle sofort auf, äh, Amazon Prime und weiß ich nicht, aber Amazon Music reicht halt nicht, ne? Ja, du kannst ja auch in der Amazon App, also in der Prime, hier, Prime Stick da, wie heißt der noch? Fire TV. Fire TV. Da ist ja auch die Netflix App drauf. Ja, ja. Das musst du machen, um einen guten Kundenservice zu bieten, so, ne? Letztlich ist denen ja auch scheißegal. Die verdienen halt auf beiden Seiten. Das lukt die doch nicht. Ähm. Letztendlich werden sie diesen Server, ach, diesen Dienst aber immer benachteiligen, ne? Ich kann mich noch erinnern an Apple und Spotify. Es gab auf der Apple Watch ja, ich glaube mindestens zwei, drei Jahre, keine Spotify Download-App. Das heißt, du konntest keine Songs auf deiner Apple Watch downloaden, weil Apple das nicht wollte, ne? Und daran siehst du ja schon, dass sie sich so ein bisschen gegeneinander ausspielen. Und, äh, das könnte auch mal da passieren, ne? Also, mein Eindruck ist, bei Amazon, die sind da relativ offen. Ich sage ja, könnte. Also, du weißt ja nie, was kommt irgendwann in der Zukunft, deswegen... Denn, was, äh, Max, dir meint, ist, das Potenzial ist da. Richtig, das Potenzial ist da. Und deswegen verstehe ich auch Spotify, dass sie sagen, wir wollen nicht bei Amazon liegen. Das erscheint sehr logisch. Ja, gut. Jetzt liegen sie bei Google, Google könnte auch irgendwann sagen. Ja, mit YouTube. Google hat irgendwann ja versucht, Google Music, aber das hat sich nicht richtig durchgesetzt, oder? YouTube Music gibt's jetzt, ne? Aber ist, glaube ich, auch Google. Ja, klar, das ist Google, aber da hat sich das durchgesetzt. Google Music gab's mal, das haben sie abgeschaltet, glaube ich. Und da wurde YouTube Music raus. Ja, also, es wird genutzt, aber ich glaube, es hat einen sehr, sehr geringen Marktanteil. Gefühlt, weiß nicht, 5% Marktanteil aus. In meinen alten Kopf geht auch nicht so richtig rein, dass YouTube ein Musikportal sein soll. Für mich ist YouTube Video. Ja, aber das ist so spannend, weil es hören ganz, ganz viele Leute einfach über YouTube-Musik. Ja, das sind aber auch echt nur Leute, die keine Kohle haben für einen Spotify-Account, oder? Nee, ich kenne eigentlich viele. Ja, wer macht das denn so? Du musst ja auch Geld für bezahlen. Nee, die gucken YouTube-Videos, das meine ich. Nein, nein, ich meine, es gibt ja auch diesen Bezahldienst von YouTube. Genau, aber das meint der Max nicht. Der Max meint wirklich, die Leute gucken sich die Videos an, um das Lied zu hören. Es gibt ja Playlisten als Video, das ist halt riesen Traffic, ne? Aber ja, gibt es so. Das hat diese Oldschool-Variante ziehen, also gerade auch, weil das damals war ja die erste Variante. Also ich kenne das von Schülern und Studenten, die machen das, weil die noch keinen Bock haben, sich einen Spotify-Account leisten zu wollen. Ja, aber auch aus Bequemheit, glaube ich, weil die meisten das damals schon so gewohnt sind. Weißt du? Damals ging es ja los über YouTube. Der Übergang kommt ja raus, ich habe keine Kohle, ich gucke das halt bei YouTube. Und dann muss ja irgendwann erst mal der Punkt kommen, wo du dann aktiv sagst, so, ich mache mir jetzt mal einen richtigen Account, keine Ahnung, ich kaufe das, so. Auf jeden Fall gibt es auch auf YouTube Editorial-Playlists. Ja. Und wir waren da letztens das erste Mal in einer YouTube Editorial-Playlist. Da habe ich ganz überrascht geguckt. Und ich so, oh, das wusste ich gar nicht, dass es die auch gibt. Und Porsche schon bestellt. Ja, man verdient da mehr als bei Spotify, aber ich kann dir nicht sagen, ich habe dann gemacht, also es gibt auch nicht, YouTube for Artists oder so, gibt es nicht. Also, da hast du nicht Zahlen einsicht. Also, nicht direkt als Künstler einsicht. Musst du warten, bis ich nicht, wo meine Label-Abrichtung kommt. Das hat er schon mal erzählt, dass meine Videos, die ich bei YouTube auf meinem Kanal hochlade, gleichzeitig in die YouTube-Playlist kommen? Das haben sie, glaube ich, ganz schmerzelt. Das haben sie ganz gut gelöst. Ja, das ist ganz cool. Ja. Genau. Ja. Ich wollte euch noch von Avicii berichten. Achso, ich muss mich mal eben entschuldigen. In der letzten Premium-Folge, also Grüße an die Premium-Hörer an dieser Stelle, habe ich angekündigt, oder habe ich vorgeschlagen, lass uns doch mal ein Avicii-Special machen, lieber Max. Ja. Und dann Tata haben sich natürlich sofort Hörer gemeldet. Haben wir schon gemacht. Sinan, erinnerst du dich? Ja, klar. Ja, natürlich. Wer kennt es nicht? Das große Avicii-Special 2019. Ja, genau. 2019 haben wir das gemacht. Und in dem Moment ist mir das vollkommen aus dem Bewusstsein entflogen, sozusagen. Also brauchen wir nicht noch machen, haben wir schon gemacht. Aber ich habe das Buch jetzt durch, sozusagen. Also das Hörbuch habe ich mir angehört. Tim ist aber die ungekürzte Fassung, also eins zu eins wieder das Buch. Und fand ich sehr beeindruckend. Das Buch hat mir auf jeden Fall eine neue Sicht auf Avicii gegeben. Und wird dann mal kurz mit euch drüber sprechen. Okay. Ja, ich wollte es mir leider auch noch, ähm... Du bist schon auf Seite 3. Ja, ich bin schon auf Seite 2,5 tatsächlich. Ähm, ich habe so einen inneren Kampf gerade bei mir, weil ich möchte es eigentlich lesen, weil ich es mir halt auch gekauft habe für echt Geld, weißt du. Und jetzt gibt es halt bei Spotify, das hätte ich mal vorher checken sollen, dementsprechend. Ja, mal gucken. Ich werde es mir nochmal die Tage irgendwie... Du kannst es dir ja anhören und währenddessen lesen. Ja, super Idee. Mit lesen, genau. Mit lesen. Die Stimme in meinem Kopf dann quasi, wie mir das faul ist. Ja. Super. Also, ähm, wenn jetzt jemand das Buch noch lesen möchte und nicht gespoilert werden will, dann sollte er jetzt vielleicht mal, ähm, hier an dieser Stelle Pause machen, ein bisschen vorspulen. Was könnte sein, dass ich... Ich sag nicht, er stirbt am Ende. Ähm. Boah, Alter. Das wäre ein heftiger Spoiler vielleicht für den einen oder anderen. Nein, nein, das nicht. Aber, also, man kann eigentlich sagen, so ganz grob zusammengefasst, der Junge war eigentlich von vornherein die komplett falsche Person für den Job, den er dann nachher gemacht hat, ne? Ja, für die Grünen einfach. Ja, also, der war ein hochsensibler junger Mann, äh, der schon ab seinem jugendlichen Alter, ähm, mit starken psychologischen Problemen zu kämpfen hatte. Ah, okay. Und eigentlich war er über die ganze Karriere, die er hatte, also von Tag 1 an, äh, drogenabhängig. Ach, krass, okay. Ja, also, ähm, ganz konkret, äh, medikamentenabhängig, ne? Aber, ähm, ähm, so Morphine. Ah, also das heftige Zeug. Wo kriegt man das eigentlich dann her, ne? Ja, das ist ein Riesenthema in dem Buch. Ähm, USA, Ärzte. Und die haben ihm das so krass und oft gegeben und verschrieben, ähm, und... Kapitalismus ist schon was Tolles, so. Mit Geld kannst du einfach alles machen. Du kennst diese, ähm, Oxycodon-Welle in den USA gerade, ne? Also, wie es heißt, ne? Oxy... Oxycodon, glaube ich, oder so. Kennst du das? Äh, Oxycodon? Das sagt mir jetzt aber auch nichts gerade. Also, USA haben gerade so ein Riesendrogenproblem in den USA. Ähm, das ist dieses Schmerzmittel, das da seit ein paar Jahren auf dem Markt ist, hochgradig abhängig macht und, ähm, das ist eine Riesenwelle in den USA. Ja, und, äh, das ist ein Morphin. Ähm, ja. Und, ähm, da war er halt abhängig von. Das hat er ständig verschrieben bekommen, weil er, äh, also er ist auch Hypochonder gewesen, so, ne? Also, er hat die ganze Zeit Angst gehabt, dass er Krebs bekommt und so. Jeder kleine Pickel war schon Geschwür, äh, Vorstufe von Krebs und so. Und dann gehst du halt oft zum Arzt und dann hast du halt oft Schmerzen und dann kriegst du halt oft auch Schmerzmittel verschrieben, ne? Ja, der Kopf macht ganz, ganz viel, ne? Ja, und er war, ist ein Kopfmensch, so, ne? Und, ähm, er hatte dann, also, er hat auch Probleme mit Alkohol gehabt, ähm, war stellenweise auch, würde ich sagen, Alkoholiker. Ähm, 300 Gegs im Jahr gespielt, gleich am Anfang schon 2011. Äh, bei jedem Geg gab's Champagner und Jägermeister hat er ganz viel getrunken. Und hat auch so seine Flugangst bekämpft. Und, ähm. Echt krass, wenn man mal darüber nachdenkt, was der alles hatte. Also, das ist, das passt ja wirklich alles nicht mit diesem Job in Verbindung. Überhaupt nicht. Ne, überhaupt nicht. Er ist überhaupt nicht dafür gemacht, das merkt man sofort. Ähm, also, es gibt so Leute, glaube ich, die sind dafür geboren, so ein David Guetta zum Beispiel oder ein Steve Wauke oder so. Nach außen hin zumindest machten die, macht denen das nicht aus, ne? Also, irgendwie, wenn ich David Guetta sehe, der ist immer gut zufrieden, hat immer, äh, ähm, ist immer fit, ja? Sieht auch fit aus und so. Und, ähm, Bavici genau das Gegenteil. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch an die Fotos da? Gab's ja mal, wo er so richtig abgemagert war. Abgemagert, starke Augenringe. Und auch, ähm. Seine Melle, wenn ich ausfahre. Der sah auch aus wie ein Zombie und, äh, das wird auch angesprochen. Also, er hatte auch, ähm, er hatte nachher so starke Probleme, er hat dann zum Beispiel eine Woche lang nicht geduscht, hat aber dann sieben Gigs gespielt auf sieben Kontinenten, ja? Ähm, hat sich nicht mehr die Zähne geputzt und solche Sachen, ne? Boah, ja, das ist dann wirklich schon ein menschlicher Wesen quasi. Also, für alle, die, die gerade richtig Bock haben auf Oxycodone. Oxycodone weist außerdem die üblichen unerwünschten Wirkungen der Opiode auf. Zum Beispiel Krämpfe der Bronchialmuskeln, Krämpfe der glatten Muskulatur, der Gallengänge, Stimmungsveränderungen, unter anderem Angst, Depressionen oder auch Euphorie, also im Wechsel. Schlafstörungen, neue Nervosität, Veränderungen der Leistungsfähigkeit wie Denkstörungen, Sprachstörungen, Verwirrtheit, Erinnerungslücken, Wahrnehmungsstörungen, Geschmacksstörungen, Sehstörungen, unwillkürliche Muskelkontraktionen, Koordinationsstörungen, Unwohlsein, epileptische Krampfanfälle. Ich weiß nicht. Ja, genau. Ich skipp das Ding mal. Genau, und also Ärzte haben ihm das immer wieder verschrieben und dann hat er auch mal selber einen kalten Entzug gemacht und ist davon weggekommen und dann haben sie ihm das aber nachher wieder verschrieben und dann ist er sofort wieder süchtig geworden von dem Zeug, ne? Das musst du dir auch mal geben, oder? Ich meine, du hast eine Sucht, du versuchst davon wegzukommen und dann wirst du vom Arzt, kriegst du vom Arzt genau, das ist ja immer wieder verschrieben. Moment, also Arzt, Arzt, du musst dich differenzieren. Also das sind Menschen, die haben irgendwann mal Medizin studiert und sind auf dem Papier Arzt und sind aber eigentlich häufig dann für Reiche und Stars Drogenlieferanten. Genau, das hat er ja auch einen Leibarzt gehabt sozusagen. Ja, das ist doch dasselbe wie bei Michael Jackson. Ja, aber Avicii hat, also das war, ich glaube, denen war es auch bewusst, aber die haben abgewogen. Und zwar hat der so starke, der hatte Gallensteine zum Beispiel. Und wer Gallensteine schon mal hatte, der weiß, glaube ich, dass das, das müssen Höllenschmerzen sein, die du hast. Besonders, wenn du währenddessen touren musst, ja? Also du, ähm, äh, 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 das, also das sind unerträgliche Schmerzen, du, du krümmst dich auf dem Boden vor Schmerzen, ja, und dann was machst du? Äh, äh, so kann er nicht auftreten, so kann er nicht reisen, der kann so nur ins Krankenhaus, da kriegst du Schmerzmittel und kann dann auftreten. Ja, das macht ja ein, das macht ja ein verantwortungsvoller Arzt, macht das eben nicht. Ja. Also mein Arzt, wenn ich dem sagen würde, ich habe tierische Schmerzen, aber ich will morgen Basketball spielen, dann sagt der nicht, ja, hier, komm, äh, ich spritze dich fit, sondern der sagt, ja, morgen ist kein Basketball. Ja, und das ist, wir haben das auch immer vermutet, glaube ich, haben wir auch hier im Podcast mal gesagt, der, ähm, oder des Öfteren auch schon allgemein gesagt, der, äh, also Avicii, der war, also der, man sprecht nicht immer das Börgerling aus. Ach so. Also der hatte auch diese Maschinerie, ne, also das ist ein Riesenfirma und Unternehmen und der hatte Angst, ähm, Anfang 20, wenn ich jetzt hier nicht mehr auf Tour bin, dann mache ich die alle unglücklich, die Menschen, ne, weil die sind von mir abhängig. Ja, und, ähm, deswegen hat er sich da auf die Bühne gequält und auch mit Panikattacken und so, ne, also genau, also der war halt auch in dem Alter, du weißt, dass, äh, wenn du Anfang 20 bist, so zwischen 20 und 25, da bist du ja noch relativ fit, ne, also das ist die, die Zeit, wo du bis morgens. Am meisten Energie hast. Du kannst bis morgens 5 Uhr saufen und um 8 Uhr kannst du schon wieder aufstehen und arbeiten gehen, so, die, die Zeit ist das ja, ne. Ja, ich konnte das nie, aber. Ja, aber viele können das, ne, also Grüße an die es können, ne. Ja, Max kann's nicht, der grinst grad nur, 2 Uhr ins Bett gegangen, 10 Uhr nicht mehr pünktlich zum Podcast erschienen. 2 Uhr ins Bett oder 10 Uhr nicht, ja. Find ich gut, find ich gut, Max. Ich werde an mir arbeiten. Nein, 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 mach, ist das völlig in Ordnung, ich finde, du, du, äh, hör auf deinen Körper, zwing dich nicht, auch wenn du in deinen 20ern steckst und eigentlich diese Energie haben solltest, es ist überhaupt nicht. Danke, das macht mir richtig Mut jetzt, dass ich die Energie scheinbar nicht habe mehr. Ja, das ist völlig in Ordnung, ich akzeptiere dich so, wie du bist. Ja, auf jeden Fall, diese Power, die man in dem Alter hat, die hat ihn, glaube ich, ähm, also das, nur deswegen konnte er, glaube ich, äh, sein ganzes Artist-Dasein, ähm, zu dem Zeitpunkt überleben so und auf die Beine kriegen und dann irgendwann war's dann aber too much, ne, also dann, ähm, mit dem Suizid dann sozusagen war's dann, äh, da war er komplett am Ende, ne. Ja, überleg mal, du bist, du bist dann so zerstört körperlich und psychisch, dass du dich wirklich, dass du wirklich in Erwägung ziehst, dich umzubringen, ne, das ist halt wirklich. Ja, die Lanz-Selbst-Montnehmen, das ist schon, das ist heftig, das ist heftig, ja. Ja, also, ähm, das ging dann zum Schluss, war er dann auch, ähm, abhängig von, äh, hier Pilzen, also halluzigene Pilze, ähm, hat er sich rein, also das ist dann schon richtig die extreme Form des Eskapismus, ne, also du flüchtest aus deiner Realität. Wollte ich gerade sagen, genau. Metalluzination, weil du das nicht mehr ertragen kannst, ne, das ist jetzt so meine Interpretation, aber ich glaube, ähm, das könnte man so unterschreiben und, ähm, das war so die letzte Zeit vor seinem, ähm, Suizid und der war auch sehr spirituell nachher am Ende, ne, also der ist dann, Buddhismus hat er dann, ähm, sich zugewandt, das ist ja erstmal prinzipiell eine gute Sache, aber dann auch nachher so, so Pseudowissenschaften und so, ne, hat er dann, äh, transzendale Meditation und so, also das wurde dann nachher richtig spooky teilweise auch, ähm, wo man sagen würde, alles klar, ähm, solche Leute gibt es, aber die sind eigentlich nicht dafür gedacht, jeden Abend vor 50.000 Leuten zu spielen, die, äh, die lassen wir lieber zu Hause, ne. Und wo war der, wo war der Freund, der die Reißleine zieht? Ja, der hat, also das ist das Interessante, die waren ständig bei ihm, ne, also, ähm, irgendwann gab's den Punkt, da hat er ja keinen Bock mehr gehabt auf dieses Reisen und dann haben die, hat er seine Jugend Freunde aktiviert, mit denen er damals hier World of Warcraft gespielt hat, intensiv, ähm, und die haben sie dann angestellt, also der eine wurde dann sein Filmer, der andere wurde sein persönlicher Assistent auf dem Papier, aber eigentlich waren die nur dazu da, um mit ihm zu reisen und das waren so, war so eine Handvoll und das haben die auch gemacht, aber, ähm, wenn du richtig hart psychisch krank bist, dann kommst du da auch nicht mehr dran, jetzt nochmal dafür, da brauchst du, also er hatte dann nachher auch einen Psychologen und, ähm, der hat ihm auch wohl geholfen, aber das, selbst der hat's nicht hingekriegt, offensichtlich, ne. Also das ist ein ganz harter Fall gewesen und, ähm, auf der anderen Seite steht halt, also der Ash Punuri, der Manager, der, ähm, ja, der hat eigentlich diese Marke Avicii so groß gemacht und ausgebaut und aus, also gemolken sozusagen, ne. Die hätten schon gleich von Anfang, also der war schon, vom Tag eins an, hätte man sagen müssen, Avicii war nicht, war kein Artist, der auf die Bühne gehört. Also er hat's nicht ausgemeldet, er hat's quasi schon ausgepresst, würde ich so sagen. Das war schon. Wie kommt denn, wie kommt denn Ash Punuri in dem Buch vor und weg? Ähm, ich würde sagen, also man muss sich das in eigenen Reihen drauf machen, äh, es steht dann so zwischen den Zeilen, was ich gerade sagte, ansonsten wird der neutral beschrieben, also als, ähm, hervorragender Manager, der, ähm, der hat's wirklich geschafft, also die kamen ja beide aus dem Kinderzimmer in Schweden, ne. Und, ähm, die haben Tim, also Avicii, zu einer Weltmarke gemacht, ja, mit Millionen Umsätzen, ja, und, ähm, das ist ja schon mal eine Leistung, das schafft ja, schafft ja kaum jemand. Ja. Und, ähm, aber er war einfach der Falsche, ne. Er war der Falsche für ihn quasi, ne, also für diese, für diese Kombination aus, ich hab irgendwie Angst vorm Auflegen wegen dem und dem und dem und, ja, den Druck. Genau, also das ist so die, äh, so diese psychologische Seite, sehr interessant, das nimmt auch den Hauptteil natürlich eines Buches, wie, weiß nicht, vielleicht 80 Prozent oder so, aber da gibt's noch ein paar interessante Neben-Stories, äh, die vielleicht auch ganz, äh, nice sind zu hören, ähm, nach Levels, ähm, ähm, also Levels war jetzt mal so, äh, der Song war fertig und, äh, die hatten den aber noch nicht verdealt und dann hat der Ash Bonnuri, hat dann die Major-Labels gegeneinander ausgespielt, ne, also der hat dann gesagt, hier, ja, hier, Virgin, die haben so und so viel geboten, wie viel wollt ihr bieten für, von Universal? Und dann hat er die so klassisch ausgespielt, ne, und hat den super Deal gekriegt. Und dann wurde's ja auch der Mega-Hit. Und dann hat Universal, ähm, ihm, also Tim, die besten Songwriter zur Seite, äh, gestellt, ne? Ja. Ähm, hier diesen Salem Al-Kafir. Und, ähm, dann ging's richtig los mit den Songschreiben. Und da kriegt man auch so ein bisschen Einblick, wie das war. Also eigentlich, diese großen Hits, ne, Hey, Brother und Wake Me Up und so, eigentlich sind das nicht die Werke von Tim, wenn man das ganz genau unter der Lupe betrachtet. Naja, das hätte ich mir auch so gedacht. Ja, also die kamen schon immer, die, die, die saßen echt Tag und Nacht im Studio und haben komponiert und dann, wenn sie mal eine geile Line hatten, also so ein, so eine Refrain-Hook-Line oder so, ähm, dann haben die sich alle getroffen, also auch mit Tim und dann haben die zusammen den Song entwickelt. Aber so die Grund-Kern-Idee, die kam dann schon von jemand anderem und so, ne? Und das war, fand, ist aber auch völlig okay und so wird ja heutzutage auch gearbeitet, überhaupt null Vorwurf, ne, das ist völlig normal. Aber dadurch, ähm, wurden die Songs dann auch richtig, also gut auch mit Tims Zusammenarbeit und, ähm, das hat ihn auch inspiriert, ne? Also er war auf einmal so mega begeistert, ähm, dass er das nicht mehr alleine machen musste, alles. Also der war auch Autodidakt, der konnte nichts, ne? Also, ähm, das geht wirklich los, die, also, erste Tracks, die er gebaut hat, er hat es nicht, äh, er hat es sich selbst beigebracht, er hat keine musikalische Ausbildung in dem Klassischen Sinne. Keine musikalische Ausbildung. Also die ersten Tracks waren alle noch scheiße, äh, die Bassline saßen noch nicht, der Groove stimmte nicht und so wird auch alles beschrieben. Und dann so Late Back Luke im Forum gewesen, zusammen mit Hartwell auch so, ne, als sie noch Kinder waren und Producer-Tipps abgeholt haben und absagen, absagen, absagen wollte keiner hören. Auch Late Back Luke so, ja, netter Song, aber veröffentliche ich nicht. Aber, äh, dann irgendwann kam der erste Song, die so Alkoholik oder kurz davor noch hieß der, und, ähm, das waren dann so, ja, das waren so die ersten Releases und dann wurden aber auch ganz schnell die Songs besser. Dann hat er irgendwann rausgekriegt, wie das funktioniert mit den Producern, ne. Und, ähm, ja, Late Back Luke hat ihn auch tatsächlich gefördert. Ähm, der hat ihn dann eingeladen, äh, Ultra Music Week da, ne, in Miami, hat er ihn eingeladen, dann da mal zur Party zu kommen und so, ne. Und solche, und dann hat er Leute kennengelernt und so ging das dann los. Und, ähm, ja, über Late Back Luke wird auch noch einiges gesprochen, als Entdecker sozusagen. Der hatte nämlich ähnliche Probleme gehabt wie AVG, bloß von der anderen Seite aus. Er war jemand, der unbedingt auf der Bühne stehen wollte, aber er hatte Angst vor dem Produzieren, ähm, und hatte dann Producing-Blockade gehabt und hat dann Angstzustände gekriegt und hat, ist dann auch Alkoholiker geworden, tatsächlich. Ach, krass, okay. Das wusste ich auch noch nicht. Ja. Ja. Mensch. So ist das. Und, ähm, ja. Achso, und ein Funfact noch. Ähm, unser Eins setzt sich ja immer hin, guckt, was gerade Hit ist und baut das dann nach, ne. Mhm. Also. Sozusagen. Ja, also Slaphouse geht gerade, komm, wir bauen jetzt auch einen Slaphouse-Track. Ah, hier, guck mal, Drum'n'Bass geht gerade einen Song durch die Decke, bauen wir auch einen Drum'n'Bass. Team Mavicci mit Universal, die haben sich hingesetzt, haben genau das Gegenteil gemacht. Die haben sich überlegt, welches Genre gibt es zurzeit nicht im Radio, was wird nicht gerade gespielt. Country. Und, genau, Country und Dance. Und dann haben die das so weit ausgearbeitet und haben genau in diese Lücke reingestochen. Also, die machen genau das Gegenteil. Was geht gerade nicht, das machen wir. Ja, die haben zwei ganz große Genres quasi kombiniert, ne. Das haben die, genau, und auch später noch öfter gemacht, ne. Also, ähm, äh, immer so neue Sachen davon. Also, was wird nicht gespielt, dann bauen wir das und dann wird's gespielt. Dann sind wir die Ersten. Und, äh, das ist der fundamentale Unterschied zu dem Schizzle, den wir machen hier. Die natürlich aber, äh, dem auch geschuldet ist, dass sie natürlich, wie du ja schon gesagt hast, die fähigsten Leute dann damit beauftragen, ne. Also, dann kommt halt der beste Songwriter und der krasse Countrystar und die krasse Stimme und so. Also, das ist natürlich nochmal eine andere Wucht, die dahinter steckt. Ja, es ist schwierig aus unserer Sicht, ne. Also, ist das, das ist der Vergleich, ich versteh das. Und ich bin ja auch immer Team, ich bin eher Team, lass was Neues machen. Ähm, hat aber natürlich in dem, in dem Rahmen, wenn jetzt Tavango irgendwie gerade die neue, geile Idee hat, dann verpufft das sehr wahrscheinlich. Ja, also, das ist dieses Ticket-Game, ne. Du ziehst ein Ticket, die Gewinnwahrscheinlichkeit ist deutlich geringer, wenn du sowas Experimentelles machst. Die versuchen das wieder ein bisschen zu erhöhen durch geniale Komponisten. Ja. Und extrem hohes Production Value. Aber der Gewinn, die Gewinn, äh, Summe ist dafür extrem hoch. Dafür ist es, genau, du gewinnst gleich den doppelt oder den zehnfachen Jackpot, wenn es dann wird. Ja, mit dem zwanzigsten Slaphouse-Klon hast du ein Ticket, was zwar ein gut, was einen garantierten Gewinn hat, aber auch nie den Jackpot holt, ne. Und ich glaube, jeder Artist, der irgendwann den Durchbruch schafft, der landet auf dieser Seite des Games. Also, du bist dann irgendwann, das macht ja keinen Sinn, eigentlich für jemanden, der schon ganz groß ist, einen Klon zu machen von irgendwas anderes. Der ist ja nachher dazu prädestiniert, das Rat immer neu zu finden. Das ist ja das Ding. Aber sehr interessant. Solche Einsichten gibt's halt auch in dem Buch. Ja, wirklich spannendes Buch. Sollte man auf jeden Fall mal lesen, nicht wie ich, auf Seite zwei stehen bleiben. Cool. Okay. Ja. Und dann noch so, gibt's auch ein paar Freundinnen gehabt und so, ne. Und die haben ihm auch immer ganz gut geholfen. Also, ähm, äh, wusstet ihr das? Also, die, die Frau, mit der er zusammen war bis zum Schluss, die war dann nachher mit dem Morten zusammen. Diesen, der Vigetta Morten-Typ. Nein. Ja, die ist direkt danach mit dem zusammengekommen. Ich glaube, die scheint, die scheint ja wirklich an der Person, an dem Menschen dahinter interessiert zu sein. Ja. An der DJ-Person dahinter. Ja gut, will man auch nicht unterstellen, ne. Also, wer weiß, aber. Nein, das muss man ja gar nicht unterstellen. Das ist so offensichtlich. Okay, gut. Was, ey? Keine Wertung. Ist doch okay. Das ist eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung. Ein Statement ist das, Sinan. Das ist ein Statement. Okay, cool. Okay, äh, Sevi, wir haben eine Hörermail. Sehe ich das richtig? Wir haben eine Hörermail bekommen. Und zwar vom Steffen. Hallo, ihr drei. In letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass ich immer weniger Deutschrap in den deutschen Top-Ten-Charts befinde. Bezogen auf Streaming. Also Streaming-Charts, ne. Zwar findet immer noch viel, aber die Zeiten, äh, zwar findet sich immer noch viel, aber die Zeiten, dass ein Capital Bra oder Nachfolger Woche für Woche eine Nummer 1 hat, schien, scheint vorbei. Steile These, es bricht die Zeit des Female Pop Rock an. Olivia Rodrigo, in Klammern Good For You mit ihrem Hitter, ne. Oder Gail, A, B, C, D, E, F, U. Könnte nur der Anfang sein. Was meint ihr? Oh, da würde ich ganz kurz was zu sagen. Ich vermute mal, oder meine These ist, dass so dieses ganze TikTok-Zeug, ähm, auch wieder so ein bisschen dieser Indie-Pop-Rock ganz stark sicher in der Szene hier etablieren wird. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen dieses A, B, C, D, E, F, U, ne, in die Richtung. Oder auch Heatwaste, Last Animals, so alte Songs. Ich glaube, Heatwaste ist ja auch schon ein bisschen älter, oder? Die kam, glaube ich, 2017. Ne, Quatsch, die kam 2020. Aber es gab noch eine, die in den Charts ist, die kam 2017 raus. Dieses ganze TikTok-Zeug, ähm, macht die Charts wieder viel diverser als, ähm, nur eine Richtung, ne. Okay, pass auf. Ich habe vorhin einen Vorschlag. Ich sehe jetzt gerade, die, ich habe bei Spotify mal die Top 50 Deutschland aufgemacht, also die meist gestreamten Songs auf Spotify in Deutschland. Ähm, in der Premium-Folge spielen wir einfach mal die Top 10 ganz kurz an, jeden Song und gucken uns mal die Top 10 davon an. Was haltet ihr davon? Finde ich gut. Ja, dann machen wir das gleich. Übrigens, wenn ihr dabei sein wollt, www.dieklangküche.de, ein Wort mit Ü geschrieben. Da kommt ihr zu den Premium-Folgen. Genau, könnt ihr auch 30 Tage kosthändlos testen und dann gerne bleiben. Und, äh, ich habe diese Woche mit einem Hörer, ähm, gechattet. Der wollte wissen, ob man, wie man die Premium-Folgen am besten hören kann. Also man kann natürlich auf die Steady-Seite gehen und sich das MP3 runterladen, aber, und das ist viel komfortabler, wenn du eine Podcast-App hast, zum Beispiel auf dem Handy, dann kannst du da auch den Premium-Feed importieren und dann hast du automatisch immer auch die Premium-Folgen in deiner Podcast-App. Also du musst nichts runterladen. Genau, also ganz, bloß auf Spotify. Da gibt es die Premium-Folgen nicht, natürlich. Ja. Genau. Ja, zum Schluss der, äh, Free-Folge hier, bevor wir gleich mit Premium weitermachen. Achso, sind wir schon, sind wir schon durch? Ich wollte ganz kurz über das Thema hier noch sprechen, von dem Steffen. Ja, okay. Dann mach doch. Ja, also, ähm, ist auch meine Beobachtung, ne? Also dieses Deutschrap nimmt ab und wir kommen wieder dahin, dass starke Toplines, ähm, und Vogue werden. Also Songs zum mitsingen. Dieses ABCDEFU ist ja ein gutes Beispiel, das singen die Kids gerade gut mit, das ist sehr einprägsam und das, ähm, hat dann vielleicht auch ein bisschen diesen repetitiven Deutschrap, die haben ja jetzt auch alles erzählt, was es zu erzählen gab, ja, in den letzten fünf Jahren, ähm, überholt sozusagen. Ja. Oder, also das kann natürlich auch sein, und das ist jetzt Challenge, die müssen sich mal ein bisschen neu erfinden. Ja, versuchen sie gerade, ne, mit, äh, Covern aus den alten Zeiten quasi. Ja. Und haben wir ja schon mal vorhin festgestellt. Lass uns doch mal auch in der Premium-Folge mal ein paar aktuelle Deutschrap-Songs von Capital Bra und so reinhören, was die gerade machen. Da bin ich nämlich gerade dran. Gerne, ich hab mir gestern erst die ganze Modus Mio gegönnt, von einmal von oben bis unten. Ja, genau, Modus Mio, da kann man mal durchskippen, dann wissen wir ein bisschen mehr. Und der Steffen schreibt noch, PS wird Rasmus World, Never Mind the Slavery, der inoffizielle WM-Song. Okay. WM werde ich boykottieren, nur zur Info. Ich auch. Und Olympia muss ich jetzt leider auch schon boykottieren. Scheiße, ey. Winter-Olympia, oder? Ja, ja. Hätte ich auch so. Kein großer Verlust. Fällt jetzt nicht so schwer. Ähm, wir müssen noch ganz kurz eine Sache noch, ein Update geben, sehe ich gerade, wo ich gerade diese Top 50 Charts angucke. Wir weiß ich jetzt nicht, in der letzten Folge, es gab diesen Junior Choi to the Moon. Ja. Habt ihr darüber gesprochen? Der ist wieder online. Der ist wieder online. Ja, nicht nur, dass der wieder online war, also haben wir ja schon erwähnt, dass er überhaupt gelöscht wurde. Das haben wir erwähnt, haben wir darüber gesprochen. Der ist ja verschwunden auf Spotify. Genau, also in der letzten Folge, wo ich noch dabei war, da haben wir gesprochen, dass der Max meinte doch, dass das von irgendwie Bruno Mars oder so. Genau. Ja, geklaut ist und wir uns verwundert haben, ähm, verwundert waren, dass der da online ist. Und jetzt mittlerweile ist geschrieben, Bruno Mars, also die ganzen Credits sind drin, der Song ist wieder online und Sony hat das Ding übernommen. Ja, genau. Genau alles, was wir vorher gesagt haben, ist passiert. Ja, und wir haben auch noch so gesagt, so das Wender muss das schnell passieren und zwei Tage später war es da. Also es ist echt exakt so eingetreten, wie wir das vorher gesagt haben. Das ist wirklich lustig. Ja, stimmt. Ja, mal gucken. Ich glaube, der Song wird noch in die Charts auf jeden Fall einsteigen. Oder ist er da schon? Ist schon. Ist schon. 20. Also in den Spotify-Charts. Ja, genau. Ja, ja, Plotz 20. To the Moon, Junior Choi. Ja. Oder JNR, was wir einfach mal als Junior. Genau. Haben wir so getauft einfach. Klingt auch geiler als JNR Choi. Ja, Junior Choi, entscheide dich. Ja, darf ich jetzt mal ganz kurz meine Schluss, meine Rauswerfer-Story erzählen. Na dann. Darf ich jetzt? Ja, seid ihr bereit? Ja. Ja. Alle ready? Alle ready? I'm already saying. Alle ready? Ready? So. Okay, let's go. Ja, CB sagt nichts. Okay. Dann, pass auf, gestern habe ich Fernsehen geguckt, gestern Abend. Da lief auf ARD oder ZDF, fragt mich nicht, warum ich so einen Quatsch gucke, so eine Sendung mit der Maus spezial irgendwas. Kennt ihr das? Ja, mal aus alten Zeiten. Ja, ja, so ein Quizding war das. Und da ist, wenn mich nicht alles täuscht, war das Clueso. Ich kann die eigentlich untereinander halten, egal. Clueso ist aufgetreten, hat seinen neuen Song präsentiert. Und ich habe es mit einer Freundin geguckt und ich meine, er hätte live gesungen. Also es klang so, klang ganz gut. Und im Hintergrund war so, es hieß auch so Clueso mit Band. Und dann sahst du so einen Bass-Gitarristen, einen, also einen Bass-Gitarristen, einen E-Gitarristen und einen DJ-Controller. Geile Band, ne? Ach ja, lass mich raten. Nee, erzähl, ich will deine Story nicht mal wegnehmen. Aber ich kann es mir jetzt schon denken, wo es kommt. So, und es wurde auch angekündigt, so Clueso mit Band. Und dann kommt ein komplett elektronischer Beat. Und ich sitze da so und eine Freundin von mir, wie gesagt, sitzt neben mir und wir gucken das und ich sage so, was zur Hölle macht der Bass-Gitarrist und der Gitarrist da eigentlich. Und sie dann so, spielen die gar nicht live? Und ich so, nein. Und dann meinte sie, bist du sicher? Ich so, ich höre keine Bass-Gitarre und ich höre noch nicht mal eine E-Gitarre. Also ich höre nicht mal die Instrumente. Also es ging gar nicht darum, ob Playback ist, sondern diese Instrumente, die sie spielen, sind da nicht zu hören. Und dann sagt sie so, ja stimmt, da ist gar keine Gitarre. Ja klar. Warum stehen die denn da? Ja weiß ich nicht, damit der nicht so alleine ist oder so. Das ist für mich der Modern-Talking-Effekt. Das gab es damals schon. Dieter Bohlen-Steter spielt immer den gleichen Akkord mit seiner Gitarre, aber in dem ganzen Modern-Talking-Song hörst du gar keine Gitarre. Das ist total verwirrend, ey. Aber die wirkliche Frage ist doch, was macht der DJ da? Was macht der DJ da? Digga, das ist doch die wirkliche Frage. Es läuft ja auch nur ein elektronischer Beat und der ist die ganze Zeit hochaktiv. Der ist die ganze Zeit so die Nobs am Drehen, die Teller und so. Wisst ihr, was das Geilste daran ist in der ganzen Geschichte, was das Fernsehen richtig gerne macht? Die stellen die im Player dahin, aber schließen die Scheiße nicht mal an. Nicht mal die Mühe machen sie sich. Und ich denke mal so, Alter, das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Ja, ja. Und da muss ich es denen jetzt wirklich noch sagen. Also, ne, da Props gehen raus ans ZDF oder was das war oder ARD. Da waren Stecker drin, ne? So, das sind die schon, ne? Das haben sie, das, genau, mit dem Stecker, das haben sie mittlerweile raus. Immerhin, Alter, die können sich einfach da im Player-Einstellung nichts anschließen. Ja, sonst nehmen wir WLAN-Verkabelung, ne? Da gibt's doch diesen legendären, diesen einen legendären Clip, da singt eine Sängerin und der DJ steht dann hinten für ein einziger Player, so ein CDJ-100 noch, ohne Anschluss irgendwie, gar kein Kabel dran. Ja, aber das war so geil, also, das, man war ich halt, ich musste halt so, ähm, also es ist gar kein, gar kein Hate jetzt gegen meine Freundin, sondern, klar, wieso, die hat das halt auch, also, die sieht da drei Leute, die da irgendwie Instrumente, wenn du da keine Ahnung von hast, dann gehst du halt davon aus, dass sie das halt spielen gerade, ne? Ja? Das ist, aber es ist irgendwie hochgradig albern. Also, es ist, ich find's auch nicht schlimm, das ist jetzt für mich kein Skandal, ne? Es ist nur, ich kann, ich kann dann eigentlich nur hingucken, ich muss die ganze Zeit irgendwie grinsen, weil es ist so komisch. Ist komisch, ja. Ich kenne mir auch so, ähm, als echter Gitarrist, ne? Und als echter Bass-Gitarrist, der das wirklich kann, ich weiß nicht, ich kenne mir doch irgendwie komisch vor. Ja, du hast immer das Problem, als Dance-Act hast du immer das Problem, dass irgendwie live auf der Bühne, das war ja schon zu Zeiten von Top of the Pops in den 90ern und so, ne? Wenn da irgendwelche Trans-Acts da ihre Singles präsentieren mussten, das ist da immer schon komisch aus. Ja, ich glaub, heutzutage kannst du es aber auch ganz einfach machen mit einem Drumpad oder so, irgendwelche Samples dran programmieren. Das wär schon mal so ein bisschen der Fortschritt, aber das müssen Leute auch erst lernen, ne? Das zu machen. Ja, ja, du musst da ein bisschen was investieren. Also, ganz oft ist es so, also bei den Top of the Pops war das so. Du kriegst am Montag einen Anruf, ja hier, am Wochenende, am Freitag ist Aufzeichnung Top of the Pops in England, deine Single ist da eingestiegen. Dann rüberfliegen und so, dann bist du Dienstag da, hast du zwei, drei Tage Zeit gehabt zu proben und dann war die Aufnahme irgendwie dann danach, ne? Und du kannst in dieser Zeit, wenn du nichts hast, kannst du da nicht irgendwie richtig krasse Live-Show auf dem, und das wollen die auch gar nicht. Die drücken da einfach in der Regie auf Play und haben die noch zwei Tänzerinnen dazu gebucht, Es ist halt ein Promotermin und kein Konzert. Genau, es ist kein Konzert, es ist einfach nur so ein stinknormaler Promotermin, der natürlich eine große Reichweite hat, aber, und dann sahen die halt immer aus, wie die aussahen, diese Auftritte, ne? Da stellen sie dir ein DJ-Setup hin, du scratch da mal ein bisschen drauf rum, die Musik kommt eh vom Band, dann nehmen wir drei Takes nacheinander auf, weißt du, und dann schneiden wir das zusammen, dann sitzt das. Also, ne? Ja. Wer das halt ein bisschen cool gemacht hat vor Pandemie, war halt die Chainsmokers, ne? Also, die haben ja wirklich dieses Live-Game, finde ich, schon auf dem Next Level gehoben. Die haben's verstanden, auf jeden Fall. Ja, mit richtig Live-Drummer und Live-Musikern und so, und trotzdem war das eine geile Experience. Also, die Songs waren trotzdem richtig stark so. Liegt natürlich auch ein bisschen an deren Genre, ne? Ja, genau. Die sind ja auch Richtung Pop gegangen, dann geht das natürlich auch, ja. Pop, Rock, Indie sind die auch, ne? Ganz stark. Ja, aber ich erinnere mich noch... Mit Schöp verbunden. Genau, ich erinnere mich noch 2019, da im Sommer, ganz stark dran, Chainsmokers, eine Megashow, und danach kam Tiesto, und der steht dann da, also ein 50-jähriger Opa, kann nicht richtig auflegen, kann nicht ein Mikro machen und drückt einfach nur zwei Knöpfe, weißt du? Ja, ja, gut. Haben wir hier besprochen, das war echt so ein Diskrepanz. Ach, ich stelle mich mit in den Shitstorms, kein Problem, ich finde den auch kacke. Aber Tiesto übrigens auch, Vici-Förderer gewesen, ne? Also, der hat ihn gleich eingeladen zu seinen ersten Partys, und... Ja. Ich kann auch nicht so krass über Tiesto abheten, einfach aus dem Grund, weil er mich auch sehr stark geprägt hat, in meiner Kindheit, deswegen... Ach, ich habe auch Songs von dem voll gefeiert, ich habe da gar kein Problem mit. Nein, null. Also, man muss das halt wieder differenzieren, ähm, so... War das nicht sogar Delirium, Silence, Tiesto Edit? Oder irgendwie, was gab's noch nicht, der, der, der super bekannt war und so, äh, hat mich voll geprägt und alles cool, der wird schon mega viel gemacht haben, auch, was letztlich mich beeinflusst hat und cool ist, aber ich kann halt nicht anders sagen, als ja, Live-Gig von, oder Live, ja, Live-Gig von Tiesto ist halt einfach für mich nix. Ist ja aber auch nicht schlimm, muss ja nicht. So, Jungs, ich habe Bock, äh, Musik zu hören. Ich auch. Sollen wir, sollen wir mal rüber in die, in die Premium-Version rutschen und dann... Wir müssen uns unbedingt, äh, die neue Single von Robin Schulz, Topic und Nico Santos auf jeden Fall. Oh, auf jeden Fall. Ah, krass. Von Angel. Ja, genau. Ah, boah, da bin ich mega gespannt drauf. Hab ich noch gar nix gehört. Das machen wir jetzt sofort hier. Ja. Sofort. Wir ziehen uns quasi virtuell einmal um und sind dann für euch da. Das war Klangküche Classic. Weiter geht's jetzt bei Premium. Macht's gut, liebe Leute. Genau. Bis gleich. Tschüss. Ciao.